Greetings, Joko. Willkommen zurück in England. Wie im Film The World's End musst du die sogenannte Goldene Meile absolvieren. Das ist die Chance, endlich die Goldene Meile zu bezwingen. Zwölf Pups, zwölf Bier. Am Original-Drehort warten auf dich exakt zwölf halbe Liter Bier sowie einige kleine Zusatzaufgaben zur allgemeinen Heiterung. Hallo. I'm beer thirsty. Cheers. Boah, ist das geil. Wenn man abends mit Freunden rausgeht, dann gibt es diesen Druck nicht. Dann trinkt man einfach. Dann schaffe ich wahrscheinlich auch zwölf Bier. Locker, gar kein Problem. You did such a good night to kiss. You did such a good night to dance. You did such a good night to... Do me, do me, do me, do love. Ich bringe mich raus. Ich bringe mich raus. I love you, do my love, do care you, all and I... Hast du dich erinnert, dass wir dich tragen mussten? Du wolltest, dass wir dich tragen. Du warst so faul, zur nächsten Bar zu machen. Ja, ich hab mich erinnert, dass ihr mich tragen solltet. Lass dich lieben! 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 Wenn ihr noch mehr Videos von Circus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Raus! Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte! Sabine! Hau ab, bitte! Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine! Beweg dich nicht! Hör mal, hast du was an Ohren?